Willkommen zurück bei The Walking Dead. Wir haben interessante Informationen auch über Molly herausgefunden in der letzten Folge. Und wir gehen jetzt mal zur Gruppe zurück und sagen, was wir alles haben. LOL, hallo Molly. Nicht verloren. Nicht verloren. Ach, Mann, ey. Oh, dieses Mädchen, ne? Erstmal in die Hosentasche, ne? Erstmal in die Hosentasche. Wird ihre Schwester besucht. Ich weiß, dass du aus Crawford stammst. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Das war die Wahrheit, war es? Ich wollte das auch nicht drücken. Nein, ich habe das auch nicht gedrückt. Ich war hier mit meiner Schwester. Sie war 14 Jahre alt. Wenn die Todes angefangen, und Crawford sich in die Hände, es war ein sehr guter Deal. Wir waren sicher. Wir hatten alles, was wir brauchen, um zu überleben. Dann wurde das Richter in die Hände, um die Schmerzen zu haben. Keine Person, die nicht verstanden, was ihr Platz und ihr Platz und ihre Lieblingsverhalten haben. Keine Person, die nicht zu verhindern. Keine Person, die für die Schmerzen zu haben. Ich habe das Richter in der Hände, um die Schmerzen zu haben. Ich habe das alles geblieben. Sie haben immer über die Systeme gesprochen. Wie alles besser wäre als ein von ihnen geworden. Aber ich habe gesehen, was sie bereits geworden sind. Ich habe nur gedacht, dass ich es gesehen hätte, bevor es zu late war. Vor dem sie gekommen sind und meinen Schüster entfernten. Shit. Das ist alles, was ich von ihr habe. Ich hatte keine Zeit, bevor ich aus dem Crawford rausgekommen. Ich wollte es nur einfach, okay? Es ist okay, Mutter. Ich verstehe. Sie ist schön. Was zur Hölle? Es ist eine Chance, um die Hölle rauszukommen. Ja, das ist sogar gut. Warum geht die Tür auf? WTF? Was machst du? Alter, nein. Alter, Ben, du bist einfach scheiße. Scheiße. Es ist ein Street-Style. Äh. Scheiße. Nice. Danke, Clementa. Danke. Was ist passiert? Sie kommen. Oh, Scheiße. Das sollte sie halten. Herr, aber jetzt, wie gehen wir raus? Durch die Armourie. Wir können nur diese verdammte Tür öffnen. Komm schon, verdammt du! Was ist denn das mit dem Motto? Das ist mein Grund. All meine. Das ist mein Grund. Was ist das mit dem Motto? Finn? Wir haben über das gesprochen. Nein. Warte. Ich will wissen, was er bedeutet. Was bedeutet das alles? Alter, nicht jetzt. Alter, halt mal die Fresse, ey. Alter. Okay, Kenny berührt dich. Okay. Die Regeln nach später. Die Regeln nach hinten. Natürlich. Wirst du denn schon 18? Er ist nett. Er ist mein Freund. Wir lassen ihn gehen. Ich enthalte mich. Wir lassen ihn gehen. Ben bleibt bei uns. I've seen enough of Crawford to know that becoming like them is the beginning of the year. I vote Ben stays with us. What about the rest of us? Don't we get a second? What the fuck? Shit, man. Ja, los. Alter. Ja, noch ein Rumgeplänker. Vielleicht noch ein Kaffee dazu, ey. Meine Fresse. So much for the armory. What's left of it? A few rounds. That's it. You didn't close that door behind us? I couldn't. The lock was busted. Great. Just fucking great. Come on. There's gotta be a way out down here. Nein. Zu. Machen. Sofort. Los, alle nach oben. Scheiße. Was ist denn das jetzt alleine? Hier. Scheiße. Ich hab noch nicht so viel Money, ey. Nein. Hä? Ich hab doch S gedrückt. Was willst du denn von mir? Ich drück doch die ganze Zeit S, Digga. Was willst du von mir? Ja, okay. Läuft doch. Alter, wie viel Schuss die hat. Das ist irgendwie nice. Nein. 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 Weg mit dir. Alter, nein jetzt. Nein jetzt. Scheiße jetzt. Alter, jetzt zieh doch sein scheiß Bein da raus, Digga. Was ist los mit dir? Mann, ey. Na, von oben kommen die auch schon. Warum? Danke. Keine Money mehr? Ah, okay. Kann ich verstehen. Weg mit dir. Weg mit euch. Hä. Nice. Nice. Nice move. Come on. It's alright, Cliff. I'm fine. Any way out of here? This leads to the roof. We might be able to find a way down from there. You didn't come into town from the railroad, did you? Yeah. Why? Never mind. I can see the sewer when we came in from here. I think we can do this. Well, what are we waiting for? Go, go. Ja, zwecklinig. Nicht nach hinten gucken, komm. Come on, let's go. Nicht geil. Lol. What the fuck? What? Die haben ihn schon, oder? Alter. 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 Okay. Alter. 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 Ja, das ist jetzt da ziemlich scheiße, ne? Aber es ist zwar hart, aber ich sag mal, ein Problem weniger. Was ist mit Omid? Krista, bleib von ihm weg. Krista, bleib von ihm weg. Ich sollte dich nie verlassen. Ich bin sehr sorry. Krista, weg von ihm. Hey. Wieder zurück? Nice. Er lebt. Finde ich gut. Gut. Ich fühle mich, dass ich einiges benutzen könnte. Wo ist Ben? Er hat es nicht gemacht. Was hat passiert? Ein schulder Mann, der uns alle getötet hat. Lee steppte und hat getan, was er hatte. Das ist, was hat passiert. Kenny, halt mal in die Fresse, okay? Ganz ehrlich. Vielen Dank. Thanks a lot. You did the right thing. Trust me. She'll understand. Man, I hope so. I'm gonna go start work on the boat. Okay, with a little luck, you should start feeling better pretty soon. I'll stay here for a few more hours to check on him. Let me know if you need anything. Thanks, Doc. Yes, thank you so much. Maybe now is a good time for you and me to have a little talk in private. Yeah, okay. Tut mir einladen mit Brie. Yeah, about what happened to Brie. Don't beat yourself up over it. It was nothing you could have done. You want to know the worst part? What? I don't feel much. I mean, I don't feel it. Shouldn't I be broken up over what happened to her? That's how I was when I lost my daughter. When I lost my friends in those first few weeks. But now, it's like I just take something like this in stride. Like this is what our world is now. And that's what you want to do. What did you want to talk to me about? I know you care about Clementine. Anyone can see that. And I know you want what's best for. With this plan of yours, putting everyone on a boat with no destination. Do you really think that's her best chance of finding somewhere where she can be safe? Because I don't. So I want to make you an offer. What kind of an offer? I'll take her off your hands. Take her back with me to my people. We're well supplied, well hidden. And a lot of us have had to go on our own. And now the problem's fallen, we've got nothing left to fear from them. She'll be safe with us. Safeer than she will be if she stays with you. I promise you. That's what you want for her. Pissed. Isn't it to be safe? I'm going to pretend you didn't say any of this and give you a chance to walk away. What you want to do right now. I know you think you're doing what's best for her. And if you were her real father, we wouldn't be having this conversation. But you're not. And staying with you is not what's best for her. If no one else around here will tell you that, then I will. That little girl's in my care. We've been through more together than you can imagine. Anyone who tries to get between me and her. Anyone. It's going to wind up dead. You hear me? Take your hands off me. I'm going to see if there are the streets down there. Yeah. Scheiße gelaufen. Where is Molly? Hey. Going somewhere? Yeah. I'm about to head out. I just wanted to say thanks. For everything. It's been fun. You're welcome. What are you talking about? Kenny's working on the boat right now. Thought you were coming with us. God knows you earned it. Yeah. I've been thinking it over. It's not for me. Sounds like it'd be pretty crowded. And I never did like the water. You sure about this? I'm sure. I've always done better on my own anyhow. Listen. I'm not much for goodbyes. Tell the others for me. I'm sure you take care of yourself, Molly. You too, Lee. Scheiße. And you be sure to take care of that little girl. You know she thinks the world of you. Good luck. It's nothing to do with luck. You know she thinks the world of you. You know she thinks the world of you. Yeah, I know she thinks the world of you. But in the next episode we will talk again with Clementine. I swear to you. Also, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch anschaltet und mit mir erfährt, wie wir Clementine wieder fröhlich machen können. Okay, also, bis morgen. Ciao. 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 Vielen Dank.